Vor über 70 Jahren wurde die Firma Rübig gegründet. Heute ist sie international bekannt und in über 20 Ländern vertreten. Um weiterhin erfolgreich zu sein, setzt man unter anderem auf den Nachwuchs, die Lehrlinge. Bei Rübig stehen dir alle Türen offen. Wir bieten die verschiedensten Berufe im Bereich der Technik, aber auch im kaufmännischen Bereich. Allen voran der Werkstofftechniker, Metalltechnik mit den Modulen Werkzeugbau, Maschinenbau. Wir sind auch Ausbildungsbetrieb für die Duale Akademie, wo wir ganz bewusst AHS-Maturanten für die Welt der Technik begeistern. Und eben auch kaufmännische Berufe wie zum Beispiel Bürokaufmann, Kauffrau. Die Lehrzeit dieser Berufe dauert im Durchschnitt drei bis dreieinhalb Jahre und bietet sehr abwechslungsreiche Arbeitstätigkeiten. Am meisten Spaß macht man das selbstständige Arbeiten. Das Arbeiten mit Stahl, mit verschiedensten Teilen, zum Beispiel von Automobilhersteller, Flugzeughersteller. Das ist schon interessant, wenn man so etwas sieht, wie das ausschaut, bevor das alles zusammengebaut ist. Schnuppertage sind die ideale Möglichkeit, die Vielfalt des Unternehmens kennenzulernen. Wir bieten den jungen Leuten Schnuppertage an, damit sie den Beruf dann bei uns im Hause anschauen können, damit sie wissen, was sie erwartet und auch ein bisschen mit unseren anderen Lehrlingen mitmachen können. Eine weitere Informationsmöglichkeit ist der Lehrlings-Info-Abend am 24. Oktober in Machtrenk. Da sind alle Ausbilder anwesend, stehen Rede und Antwort. Das heißt, es werden die verschiedensten Fragen zur Ausbildung, zu Benefits für die Lehrlinge beantwortet. Es gibt Betriebsführungen und auch heuer ein Gewinnspiel unter allen Anwesenden, wo man ganz tolle Preise gewinnen kann. Also ein Vorbeischauen zahlt sich auf alle Fälle aus. Weitere Infos dazu, zu den Ausbildungsberufen und dem Bewerbungsprozess findest du auf www.rubik.com. Werde auch du Teil der Firma Rübig.